In diesem Video geht es um die besten Kaffeemaschinen. Der Qualitätssieger in unserem Kaffeemaschine-Test geht an den Philips HD 7546. Für heißen und frisch zubereiteten Kaffee. Hält Ihren Kaffee länger heiß und aromatisch. Automatische Abschaltung nach dem Brühvorgang. Tropf-Stop-Funktion zum beliebigen Unterbrechen des Brühvorgangs. Elegant und funktional ist die Kaffeemaschine Kaffee Gaia HD 7546-20 mit Thermoskanne von Philips. Sie zeichnet sich durch attraktives Design und die durchdachten Eigenschaften aus. Durch den konzentrierten Wasserdurchfluss entsteht ein intensives und genussvolles Kaffeearoma. Die Thermoskanne ist doppelwandig und hält den Inhalt lange anhaltend heiß. Zeitgemäß für die Sicherheit und den geringen Energieverbrauch ist die automatische Abschaltung. Den besten Preis findest du direkt unten in der Videobeschreibung. Die Alternative ist der Melitta 1017. Aroma-Selector zur individuellen Wahl des Kaffeegeschmacks von mild bis kräftig. Herausnehmbarer Filter-Einsatz, transparenter Wasserbehälter UDM-Tropf-Stop. Außenliegende Wasserstandsanzeige, beleuchteter Ein-Ausschalter, automatische Endabschaltung. Brühtemperatur 93 Grad ideal für volle Aromaentfaltung und Trinkheißen Kaffee. 10 Tassen Edelstahl-Thermkanne mit Einhandbedienung und Durchbrühdeckel. Der Preis-Leistung-Sieger in dem Kaffeemaschine-Test ist der Russell Hobbs 24.000 Zehnte Worldtech-Brühtechnologie. Benetzt den Kaffee optimal mit Wasser und sorgt für ein hervorragendes Aroma. Hochwertige Glaskanne mit Scharnierdeckel und Füllmengenmarkierung und Warmhalteplatte. Herausnehmbarer Filterträger, automatische Abschaltung, Tropf-Stop bei Kannenentnahme. Außenliegende Wasserstandsanzeige mit Füllmengenmarkierung und integrierter Messlöffel natürlich auch mit EINR-Kontrollleuchte. 10 Tassen Fassungsvermögen 1,25 Liter, Oberfläche aus hochwertigem gebürsteten Edelstahl mit Kunststoff-Applikationen 1100 Watt. Falls dir das Video gefallen hat und du das passende Produkt gefunden hast, würden wir uns um einen Daumen hoch oder auch einem Kommentar freuen.